... Aber bei der Ringe, wo man die Straße, okay? Entschuldigung, hat von Ihnen jemand sein Autofussel verloren? Von meiner. Gut. Aber jetzt, ich bin sehr froh. Der Nomno-Uklinz-Mirn mit dem Bestenverbrauchswert in seiner Klasse. Die Überraschung in der Businessklasse, die wir auf dem Bund haben in ihrem Kopf. Die Überraschung in der Klasse.